Nun geht es los nach Essen. Ich muss da zur Messe hin und da werden wir jetzt zusammen hinfahren. Mal schauen, wie das funktioniert. Als erstes werde ich jetzt einmal in der Karte vom Prinzip her die Adresse eingeben. So, wie ihr seht, ist hier sehr viel Verkehr. Ich habe jetzt auch herausgefunden, dass man hier unten vom Prinzip her die Kilometerzahl sehen kann und die Zeit bis zum Supercharger und insgesamt ist aber der Verbrauch noch recht hoch. Wir haben einen Schnitt jetzt von 200 und 269 Watt pro Kilometer. Hier liegt daran, dass die Batterie eben noch recht kalt ist und deswegen noch nicht so effizient ist und zusätzlich natürlich die Heizung hier läuft. Ja, so jetzt fahren wir hier in den Elbtunnel hinein und wenn man jetzt guckt, dann ist meine Cruise Control immer noch nicht wieder bereit. Das heißt, ich muss leider ohne Tempomat momentan auskommen, solange bis ich die Kameras justiert habe. Jetzt sind wir auf der Autobahn unterwegs. Bis jetzt sieht das mit dem Verkehr noch ganz gut aus. Meine geplante Ankunftszeit beim Supercharger ist knapp 10 Uhr. Da ich im Moment noch kein Tempomat habe, muss ich leider selber fahren, was für mich relativ ungewöhnlich ist, da ich bevor ich den Wagen hier bekommen habe, einen Mercedes E-Klasse gefahren habe, wie ich auch in dem einen Bericht euch gezeigt habe, wie ich nach Cottbus gefahren bin und wieder zurück mit der E-Klasse, um nachher einen Vergleich eben auch zu haben, wenn ich mit dem Tesla unterwegs bin. Ja, und daher ist das so, dass ich jetzt selbst auf das Tempo achten muss und einigermaßen versuchen werde, gleichmäßig zu fahren. Der Verbrauch momentan liegt so bei 240 Watt und ich bin so mit 115 Stundenkilometer unterwegs. Gut, bis nachher. Wir sind jetzt hier auf der 266 Richtung Bremen unterwegs. Diese Autobahn wurde ja vor ein paar Jahren ausgebaut und dreispurig. Es fährt sich hier echt super. Also das ist eines der besten Autobahnstücken, die man fahren kann in Deutschland. Allerdings fahre ich jetzt hier so mit 115 bis 120. Ganz gemütlich. Ich habe noch 252 Kilometer Reichweite. Im Moment habe ich einen Verbrauch ungefähr von 230, 240 Watt pro Kilometer und eine Restweite bis bis zum Ziel von 133 Kilometern. Die miteinander zu sagen, das ist ein Schwarz-Lưge. Das ist ein Schwarz-Lưge. Das ist ein Schwarz-Lyge. Jeder kann rausbrechen. Und jetzt sag ich, ich weiß, wir wissen, wie ein Schwarz-Lyge ist. ja wir sind jetzt hier angekommen beim supercharger das waren 194 kilometer die wir gefahren sind ich bin um die 120 gefahren klein bisschen weniger klein bisschen mehr auf der autobahn wir haben eine durchschnittsgeschwindigkeit vom startort von 88 stundenkilometer kommt die stadtfahrt mit dazu und da dass der stau ja man hätte ein bisschen schneller fahren können teilweise ganz bestimmt ich bin jetzt hier mit knapp über 20 prozent ran 20 prozent angekommen und daher denke ich ist das ganz gut 40 minuten sagt er für die weiterfahrt ich gehe jetzt erst mal kaffee trinken und dann werde ich mich mal darum kümmern wie ich denn jetzt zum nächsten ladepunkt kommen weil ich jetzt kein supercharger nehmen wollte sondern ich wollte an einem einer öffentlichen station versuchen einmal zu laden hier ist der supercharger von lohne 8 stalls hatte dieser supercharger ich habe mich gerade angeschlossen an 1a und hier ist des weiteren eine tankstelle ein burger king und ein asiatisches restaurant ich werde jetzt erst mal einen kaffee trinken gehen bis gleich nachdem ich jetzt kaffee getrunken habe wollte ich euch noch etwas übers laden erzählen es gibt immer die stalls in a und b und hier sind das vier a und b das heißt acht stalls insgesamt man sollte möglichst wenn man kommt an einen stall heran fahren wo der zweite b oder a nicht belegt ist ansonsten teilt man sich die leistung allerdings ist es so wenn jemand voller geladen hat wird diese leistung wieder freigegeben und für den anderen fahrzeug was dann an dem b oder den a herangefahren ist freigegeben jetzt wollen wir mal den ladestecker herausnehmen dann drückt man einmal kurz auf den knopf lässt ihn los und dann entriegelt er und man kann ihn wieder einhängen wir werden uns jetzt auf den weg nach essen machen und schauen und hoffen dass wir einigermaßen gut durchkommen jetzt fahren wir wieder los richtung essen der supercharger liegt sehr dicht bei der autobahn das heißt man ist schnell drauf wieder und kann weiterfahren dann geht's dann geht's dann geht's das das da f Bis zum nächsten Mal. Jetzt sind wir hier auf dem Weg, haben noch 120 Kilometer nach. Wir hatten jetzt eine Baustelle, aber ansonsten läuft das flüssig. Ich musste nirgendwo stehen, konnte immer fahren, auch wenn das ein bisschen langsamer war. So, nun sieht das leider nicht mehr so gut aus mit dem Wetter, aber allzu weit habe ich es nicht mehr. Wir haben jetzt noch 43 Kilometer nach, das ist also nicht mehr die Entfernung. Insofern hoffe ich, dass man hier noch weiterhin einigermaßen vernünftig durchkommt und dass das Wetter nicht noch schlechter wird. Ich hatte gehofft, dass ich hier eine Ladesäule finde. Leider ist das nicht der Fall. Insofern fahren wir jetzt zur Messe. Nun sind wir angekommen. Ich habe leider die Steckdose nicht gefunden, sodass ich mich dort einstecken konnte. Nun bin ich direkt hier reingefahren. Zur Messe ist nicht so schlimm. Ich habe geguckt, das sind 30 Kilometer zurück, bis zum nächsten Supercharger. Dann fahre ich zum nächsten Supercharger und dann zum Hotel. Das soll nicht das Problem sein. Insgesamt habe ich nicht ganz fünf Stunden gebraucht mit der Pause und mit dem Rumfahren. Ansonsten wäre ich bei vier Stunden 40 gewesen. Komplett waren das jetzt insgesamt 340 oder 360 Kilometer. Also ein ganz guter Schnitt, den wir da gefahren sind. Ich gehe jetzt rein zur Messe. Das ist die E-World, die größte Energiemesse in Europa. Großer Trend sind die E-Mobilität. Daher werde ich mich neben dem, was ich beruflich machen muss, auch ein kleines bisschen natürlich mit E-Mobilität informieren und für euch darüber in meinen News berichten. Das ist die E-Mobilität. Daher werde ich mich überrascht. Vom Prinzip her gesehen, war ich jetzt ja hier in Essen auf der Energiemesse. Und leider muss ich sagen, war es relativ schwierig zu tanken. Erstens habe ich die Ladestation nicht gefunden. Bei der Messe gab es gar keine Ladestation. Jetzt bin ich hier beim Energieunternehmen sehr freundlich. Die haben mich da zur Tankstelle gelassen, also zur Säule. Leider konnte ich da nicht tanken, weil ich nicht die richtige Karte hatte. Also was bleibt mir übrig? Jetzt werden wir einen Supercharger suchen. Und damit wir das dann auch richtig machen, plane ich gleich die Route bis nach Hause. Mal sehen, wo er mich lang führt. Ich denke mal, er wird mich über Kampen führen, dass ich dort an den Supercharger gehe. Vielleicht kann man jetzt sagen, ja, ich muss in Carmen halten, kurz zwischenladen. Ich werde da aber länger laden lieber. Und dann werden wir Richtung Lohne fahren. Und insgesamt der Trip ist fünf Stunden gedacht. Bin ich gespannt, ob wir mit fünf Stunden auskommen. Ja, leider haben wir jetzt doch Stau hier. Es geht langsam voran. Mehrere Spuren kommen zusammen. Die Autobahn verengt sich. Ja, wenn man hier drauf guckt, dann sieht man 42 Prozent kommen wir an in Carmen. Wir brauchen da 33 Minuten hin. Ich hoffe, dass das ungefähr auch hinkommt. Ja, und dann werden wir da aufladen. 15 Minuten, sagt mein Gerät. Aber ich muss mal gucken, vielleicht lade ich ein bisschen mehr auf. Dann brauche ich in Lohne nicht so lange stehen. Kommt drauf an, was mir angeboten wird in Carmen. Gut, dann bis demnächst. Wir sind jetzt in Carmen. Carmen hat insgesamt acht Ladestationen. Also viermal A und B. Ich lade jetzt hier einmal mein Fahrzeug auf und werde dann etwas essen gehen. Ich wollte ja ein kleines bisschen mehr essen. Hier gibt es einen Conny Steiner. Da werde ich jetzt hingehen und werde mal schauen, wie der schmeckt. Leider hat das sehr lange gedauert mit dem Essen, sodass ich an dem Supercharger länger gestanden habe, als er komplett vollgeladen war. Erstens hat mir das natürlich meine Zeitplanung durcheinander gebracht. Und zweitens sollte man nicht länger an einem Supercharger stehen, als es notwendig ist, sein Fahrzeug zu laden. Das Essen war nicht ganz so gut, wie ich das mir erhofft habe. Und wie ihr seht, ist auch ein Burger King und ein McDonald in der Nähe, wo man auch hingehen kann. Ich werde jetzt mein Fahrzeug gleich vom Ladestecker nehmen. Und dann werde ich wieder losfahren. Und zwar Richtung Stur. Ja, jetzt bin ich hier Münster und ich weiß nicht, warum mich der Navi Richtung Münster geführt hat und nicht über die A1 weiter. Die A1 sieht ganz frei aus, alles grün, aber er führt mich mitten durch Münster durch. Relativ ohne Sinn und Verstand. Naja, wollen wir mal sehen, wie sich das weiterhin zieht. Wir sind jetzt bei dem Supercharger Stur angekommen. Vier Lademöglichkeiten, also zweimal AB. Und hier gibt es ein McDonald, eine Tankstelle und am Tag noch weitere Möglichkeiten, Essen zu geben. Ja, also wir sind jetzt angekommen bei 36 Kilometer Restreichweite. Es ist jetzt 20 nach 8, das heißt, wir haben doch relativ lange gebraucht, um hierher zu kommen. Einer der Hauptgründe war, dass ich nicht vollladen konnte und direkt fahren konnte, dass ich erst einen Umweg machen musste über den anderen Supercharger. Die Ladegeschwindigkeit ist relativ schnell mit 91 Kilowatt. Ihr seht, lädt er relativ zügig. Und wenn wir gucken, dann haben wir jetzt auch einen relativ niedrigen Verbrauch auf den paar letzten Metern gehabt. Allerdings, wenn man sich die Gesamtstatistik anschaut, dann sieht man mit 100 und 71 über die letzten 10 Kilometer und bei den letzten 50 Kilometer war es höher, weil ich da 130 gefahren bin. Also da war es doch schon etwas mehr. Wenn wir jetzt noch einmal gucken auf den Trip insgesamt, dann sieht man, dass 213 Kilometer habe ich gefahren. Insgesamt 2 Stunden 13 benötigt für die Sache und 242 Watt im Schnitt verbraucht. Am Anfang bin ich langsamer gefahren mit 110, 115 und nachher habe ich dann doch etwas mehr Geschwindigkeit gemacht. So, dann wollen wir mal ein bisschen vollladen und dann das letzte Stück in Angriff unterwegs. Auf zum letzten Stück. Insgesamt sind das 123 Kilometer, die ich fahren muss. Bis 271 Kilometer habe ich geladen jetzt in der Batterie. Ich werde das letzte Stück ein kleines bisschen schneller die Autobahn Bremen runterfahren. Das heißt, da wird die Batterie jetzt doch ein bisschen mehr genutzt werden. Hier in Bremen ist im Moment noch eine Baustelle, wie man sieht. Da kann man nicht so schnell fahren. Aber dann hoffe ich, dass ich wieder schnell unterwegs sein kann. Wir sind auf dem letzten Stück. Und ich hatte auf dem Stück von Bremen, also von Stur über Bremen nach Hamburg, da bin ich mal wirklich schneller gefahren. So 170 in der Spitze. Dann kommt man auch auf 350 Watt, 380 Watt, wenn man so 170 fährt. Also schon ein ganz erheblicher Verbrauch, den man denn hat. Aber wenn man sich das vorher ausgerechnet hat und geschaut hat, wie viele Kilometer das insgesamt sind und ich hatte ein bisschen mehr eingeladen dort, dann geht das für eine Strecke. Weil man fährt ja nicht alles, die Gesamtstrecke so, sondern 70 Kilometer und dann ist das in Ordnung. Ich werde ungefähr bei 11 Prozent ankommen. Zeitlich gesehen müsste ich so kurz nach 10 ankommen. Das bedeutet, ich habe sechs Stunden gebraucht für das Stück. Das sind insgesamt 400 Kilometer gewesen. Das Problem war dabei mehr, dass man eben in Essen nicht laden konnte. Ansonsten wäre das auch gegangen mit einem Zwischenstopp. Und mit nur einem Zwischenstopp ist das so, dass man es dann garantiert eine Stunde schneller schafft. Naja, aber insgesamt war die Fahrt eben wieder ganz gut. Leider geht mein Distanz-Tempomat noch nicht. Ich habe zwar die Linien auf dem Display, aber er sagt immer, Crews nicht verfügbar. Und ich muss mal sehen, ich muss bei Tesla mal anrufen, ob das da dran liegt, dass sich noch etwas synchronisiert oder ob irgendetwas anders eingestellt werden muss, was ich falsch gemacht habe. Ja, das war die Fahrt von Hamburg nach Essen und jetzt wieder zurück. Wenn ich nachher ankomme, dann werde ich den Wagen anstecken und werde ihn auf 80% laden. Und ansonsten werde ich mich dann wieder melden, wenn ich meine nächsten Videos zurechtgeschnitten habe. Ich habe jetzt schon einiges an Material gesammelt. Bis dann, euer Tesla-Fans. Bis dann, euer Tesla-Fans.